Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute stellen wir euch den Kur- und Feriencamping Max 1 bei Bad Vössing vor. Ein absolut toller Campingplatz mit vielen Freizeitmöglichkeiten wird hier geboten. Wir waren im Frühjahr 2024 dort und haben uns sehr wohl gefühlt. Drei top ausgestattete Sanitärhäuser stehen auf dem Campingplatz zur Verfügung. Im Kiosk an der Anmeldung gibt es auch morgens immer frische Brötchen. Der Naturbadesee ist bestimmt im Sommer ein absolutes Highlight. Der Sparbereich lässt keine Wünsche offen. Verschiedene Saunen sowie Dampfbad, Thermalbecken, Schwimmbecken und eine Infrarotkabine stehen zur Verfügung. Und wer sich körperlich etwas ausbauen will, kann das in dem Fitnessstudio auf dem Platz auch machen. Alle Einrichtungen sind in der Platzgebühr schon inbegriffen. Vor der Schranke gibt es noch einen Stellplatz für maximal drei Tage Aufenthalt. Auch hier darf man die Einrichtung vom Campingplatz gerne mit benutzen. Und wenn ihr auch demnächst kein Video mehr verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken. Bis dann, gute Fahrt! Bis dann!